Ja, hallo Leute, willkommen zurück. Nach einer etwas, wie soll ich sagen, interessanten Wendung der Geschichte, wollen wir uns damit befassen, heute mal mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Und dazu schlage ich vor, dass wir doch einfach mal den zweiten Hinweis nachgehen. Ich bin echt mal gespannt, was uns diesmal erwartet, was wir jetzt erfahren werden. Ich hoffe mal nicht, dass es wirklich die Ulgan-Mafia ist und sehen wie einige Freunde von uns auf dem Seziertisch und das möchte ich einfach nicht. Was ja auch verständlich ist, denke ich immer. Na ja, warten wir nicht mal ab, was dabei rauskommt. So, um die Kilometer, na gut, doch 500 Meter, das passt ja wunderbar eigentlich. Sun is shining, man-ba-dam. So, ach komm, nervt mich nicht. Oh, shit. Ja, ja, Polizei, ist in Ordnung. Komm, tanz mal ein bisschen. Hii, guck mal. Komm doch, komm doch, fucking. Ach, da kommt ja der nächste Kollege. Ach, ihr schafft es doch eh nicht, ihr Pfeifen. Kriegt mich nie. Zumindest nicht lebendig. Yeehaa. Haha. Bats. Tschüss, Bulle. Es gibt noch einer. Ah, da raut sich noch jemand an mich ran. Komm. Bats. Auf Wiedersehen. Wie weit ja immer einfacher. Hm. So, jetzt mal zurück zum eigentlichen Ziel. Dumps hat uns natürlich nichts Zeit gekostet. Genauer gesagt, 400 Meter. Aber na ja. Wir wissen ja, in wenigen Sekunden sind wir da. Ist ja, sehr realistisch. Was, das Spiel macht einfach tierisch fangen. Hätte ich nicht gedacht, als ich damit angefangen habe mit dem Let's Play. Und ich freue mich schon richtig auf das neue Mikrofon, Leute. Und ich freue mich schon mal weiter. Yeehaa. Ah, mein Körper, oh, was zappelt der davon macht. Naja. Ist so für ein richtig gelangt im Krankenhaus. Stimmt, ach, hier wollten wir ja die Akten durchsuchen. Du bist schon in Krankenwagen und Verkleidung. Okay, machen wir mal. Dann spielen wir mal heute Sanitöter. Bin mal gespannt, wie ich aussehe. Oh, mein Gott. Professor Wahnsinn meldet sich zu Dienst. Oh, mein Gott. Ich bin sprachlos, Leute. Coole Sache, dass man ins Krankenhaus auch reingehen kann. Ist das bei GTA eigentlich auch so? Ich weiß es gar nicht mehr. Was ist da? Oh. Herr mit dem Hotel. Komm. Wir schauen uns mal ein bisschen um, was hier so alles gibt. Au. Es ist nicht für mich, um diesen Telefon zu machen. Ich glaube. Ich bin ein Kindspinn. Willst du ein Kindspinn-Tomographie holen? Sicher. Oh, verzeihung, Madame. Ja, was haben Sie denn für Probleme? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Vielleicht einen Arm brechen? Oder eine neue Niere vielleicht von Ihrem Bruder? Hm? Naja. Schweigsam. Naja, so, ich weiß es daher, weil ich selbst mal ein Kindspinn-Tomographie war. Ich hatte mal... Jo. Ziemlich sterbenunfall. Soll ich es mir so aus. Was machst du hier? Wer ich? Du bist in der Habit, zu beantworten, Doktor-Nurse? Ich schaffe Leben. Was machst du hier? S-s-so, sorry, Doktor. My apologies. Ja, so ist auch gut so. Hm. Platsch auf einen. Du kriegst einen auf einen Popo. Hm. Okay. Dann schauen wir mal nach. Hm. Hm. Verbinden. Mal gucken. Ja. Also versuchen wir mal die 2, dann die 5 und dann mal die 6. Die 4, die 8 und die 7. Ach du heilbimbam. Die 9, die 0, ups. Die 2 hier hin und dann die 0 und dann die 1. Okay. Die 2 kann schon mal da nicht sein. Dann müssen wir die 2 mal da hin tun. Jetzt drückt mir die Daumen, Leute. Das, das wirklich alles passt. Uuuuhuhuhuhuhu. Ach, ich Idiot, ey. Hier kommt doch die 0 hin. Fuck. Es ist so, dass Dr. Sang eine Menge Kidney-Transplante macht. Wo hast du deinen Donor, Sang? Hm. Nieren. Okay. Verwandt ins Büro des Doktors, bevor ihr wiederkommt. Okay. Ach, Mädel. Stillen doch nicht so. Ich weiß, dass ich attraktiv bin. Du hast die Gunshot-Viktionen den letzten Tag getroffen? Ein paar davon. Ich kann nicht glauben, dass jemand eine Wettbewerb hat. Ich stehe da rein. Hopp. Ich stehe da rein. So, jetzt kann ich nicht leise und vorsichtig sein. Wo tun wir die Wannse denn am besten? Ah, genau da rein. Da fällt es am wenigsten auf. Klack. Oh, die Tür ist auf. Verdammt. Ich muss mich so richtig beeilen. Schraub, schraub, schraub. Schraub, schraub, schraub. Auf das Teil. Komm, mach hinne. Ja, passt. Na, ja. Sauber. Jetzt schnell den Deckel wieder drauf. Klack, schrauben zu machen. Zack, 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 zack. Und schnell ab dafür. Knack, zack, 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 zack. Ach, zack, 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 zack. Und schon so ein safe knacken. Naja, haben wir auch schon ein bisschen Übung. Schraub, mach hin. ja auch die trio nach links ein bisschen zu viel jetzt noch ein kleines die acht der 18k ring also Mit 18K-Ring. Ah, 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 ah. Solche kleinen Drecksäcke. Na, das schreit ja wohl nach Rache, würde ich mal sagen. So, jetzt mal ganz schnell hier raus wieder. Oh. Ich habe einen Bogen in seinem Büro geplant. Du solltest auf ihn hören können. Na, da ist ja was am Blinken. Pfeiler abgeschlossen. Na komm, mach auf das Ding. So, danke. So. Bis nach links noch, na, da. Und... Sesam, öffne dich. Was haben wir denn da dron? Ikosi-Schuhe. Okay. Ach, stimmt. Wir wollten ja eigentlich mal die Schuhe anschauen und so. Aber erst mal, ähm, ja. Was machen wir denn jetzt? Ja, erst mal denke ich mal... Hm. Ja, der Statue. Ich will auch wissen, was... Daran rufen wir erstmal den Kerl an. Wir müssen das abgeschlossen haben. Äh, wen soll ich nochmal anrufen? Gott, wer war das jetzt? Verdammt. Teng. Huh? Ich habe doch gerade mit der Teng geredet. Worum soll ich jetzt nochmal anrufen? Das ist Wey. Stay on that wiretap. Ich expect Sang zu be doing an emergency kidney transplant at any minute. He already got the call. But Wey, they picked up the donor, too. It's Calvin. Your friend, Calvin. Shit. Shit. Ich habe ihn. They're saying he's in Central. They're already after him. But Wey, you can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. What the fuck? Scheiße. Boila, gib mir die Karte. Gib mir sofort die Karte. Bleib ja stehen. Raus hier. Ich habe kein Zeit, verdammt nochmal. Fuck, 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 fuck. Das müssen wir uns echt fallen, Leute. Ich habe keine Lust, dass ich noch einen meiner Kollegen vor mir tot liegen finde. Äh, vor mir tot auffinde. Na gut, liegen tut er ja auch. Also passt schon, aber nicht in dem Kontext. Komm, komm, komm. Au, fuck. Du kleiner Bastard. Ich kriege ich, ey. Komm her. Komm her, du kleiner Bastard. Lass mein Kumpel in Ruhe. Bleib stehen, verdammt nochmal. Uuh, ola. Der Drecksack. Raus hier. Richtig so. Dem hätte ich auch einer geklatscht, aber nicht so sanft. Ich würde dann langsam, obwohl, hm, besser der direkt ausschalten. Mit der Jagd keine Zicken macht, kann man immer noch machen. Mal ein bisschen Kohl mitnehmen. Sooo, äh, rechts rum, wir sind ja fast da. So, na. Verdammt. Rennen mit dir, ja ey. Die gute Stube. So. Tang, was soll ich jetzt mit dem machen? Mit ihm. Okay, I got him. Pull in Dr. Sang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Way? I'm leaving this guy in the parking structure off Quark Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. Dr. Sang confessed. He's done more than 20 transplants for 18K in the past two years alone. The guy gives Earth to him, it's a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy. But I'll personally sleep a lot better, knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend. But I think it's fair to call it justice. Gah. Kein großer Lohner, wunner, ja. Na, hab ab upgrades. Ja, wohl. Gucken wir mal nach. Hmm. Schuss haben sie mit Plus-P-Munition gelandet in die größere Schaden verursachen. Ey, geile Sache. Auf jeden Fall. Was gibt's hier Feines jetzt? Hmm. Erfolge betreut den F. Jumping around, aus Kick-Free-Use auf mehr Schaden ist effektiver. machen was war das hier so kann schon nicht muss erst in den komischen laden gehen komponitionell die jahre stadt zu kommen jetzt mit jahre stadt zurück die neuen wagen hier bitte ohne den bischieber haben heller im wagen und mit der stadt nachher abholen schwarz passt sowieso zu einem also passt ja leute was habt ihr von der 18k ist wohl der hammer oder also schraubt was sie noch im schilde führen werden was uns das jetzt wenn die auf unsere fährte kommen was das für uns bedeutet um unsere gang mann 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 also irgendwie mei tut mir ein schön leid er hat echt ein doppel leben hoch drei aber ich gentiere immer mehr zum triaden also ich komme mehr ab vom polizei weg ist mir aufgefallen ob way für immer ein triade wird also ich könnte es ihm nicht verübeln so muss man so aus und kommt das ganz 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 naja so und die mitte noch wo man ein bisschen zeit zu schätzen ha 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 was schönes ja was halt ihr von der geschichte von sleeping dogs also ich bin total begeistert bisher ist nicht so immer dass der helden wieso ja verworren verzwickt und versetzt sich immer mehr in die lage des charakters ist schon eine geile sache auf jeden fall ich bin mal gespannt also ich hab mal gelesen soll teil 2 rauskommen ich bin tierisch darauf gespannt ob es wirklich der fall sein wird ich hoffe es kommt auch vom pc raus dass wir dann definitiv jetzt bleibt bevor also kurz bevor es rauskommt vielleicht krieg ich sogar noch früher wer weiß aber das liegt an euch ein bisschen auch na komm rüber mit dir so steck aus wir haben doch keine zeit wie herr stefan raps sagt i found one of your statutes a bohr an important part of the collection ever think about going back noch sechs fischer it didn't work the first time why would it again when the past goes with you wherever you go so you will confront the past rather than run from it damn straight i wonder is the past something we can defeat or is it something we simply come to terms with ich würde sagen arrangieren what would you like to learn was ich lernen möchte? ich möchte auf jeden fall ähm den äh den äh mhm wo den 1 2 3 4 ok ups falsch himmel hehe de wunderbar und noch ein consistor awia kong h habe au aa au ich werde auf jeden fall noch mal zurückkehren meister ab in lamborghini wieder das denkt ist denke ich mir mal ein lamborghini oder machen wir den letzten kill auf jeden fall noch dann haben wir einiges erreicht heute leute ich habe mich nicht das ist schühe wüscher es ist wüscher ich habe ich habe es ich habe Er hat sich so gemacht. Sammy? Dog-Eyes. Dog-Eyes hat es geschafft. Das ist wie Johnny gesagt hat? Es ist nicht wert. Awei. Ihr Leben wird Menschen verletzen. Ich bin Winston. Das ist mein Fehler. Ich wünsche ihn. Jetzt. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Was? Kocht ihr den Typen oder was? Ist die wirklich den Typen am kochen? Äh, ich will das wissen. Moment mal. Kurz mal in die Küche. Hä? Jetzt ist alles weg. Ah doch, das ist der Eimer, oder? Hm. Was liegt denn da? Ist das Feuerzeug noch? Schau mal was hier am kochen war. Schau mal was hier am kochen war. Die war echt die Leiche von... ...die sie zerlegt hat. Ich vermute mal, sie hat ihn zerlegt. Am kochen. Was ist das Feuerzeug noch? Na, schauen wir mal nach. Das ist definitiv ein Leichenschmuss. Hm. So, wieder durch die Glasse hier. Scharf rechts rum. Nein, das ist mein... Oh, Mann. So, wala. Bin ja mal gespannt, was das für eine Mission jetzt ist. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Feuer... Feuerhummel... Hummel ist da vorne da. Herr damit jetzt. T-Shirt. Ah, super. Ganz schön spannende Musik. Bin ja mal gespannt. Was ist die Knarre raus? Ne, es ist keine Knarre, es ist ein Handy. Ich hab keine Knarre oder was? Hm. P-Shirt. Ganz leise, ey. Da ist der Rechsack. Da ist er. Diese schmierige Backe. Guten Abend, Mädels. Nix da, Junge. Oh, ne. Ich will diesen... Boah, komm her, Rechsack. Alter, was ist das für ein Lammesboot? Ah, okay. Ich krieg dich? Komm her, Alter. Boah, Alter. Boah, fuck, hui, schwein gerabts. Komm her, ey. Das ist doch ne feige Ratte. Hat die große Klappe und fährt von mir weg. Dann komm her, Mann. Labernit, komm einfach her. Boah, ist das ein... Puh, ist das schwer zu lenken. Was ist passiert? Duke, komm her zu den Docks. Ich werde jetzt einen Pick-up holen. Gut, auf mein Weg. Ach, beeil dich, Mann. Oh, bitte nicht verlieren, Trixi. Nein, nicht verlieren, Trixi. Feine Trixi. Hätte ich genauso gemacht. Oh. Oh, das muss doch wehtun. So, du Dreckstiefel. Du stinkstiefel, komm her. Ne, ich bring dich Feuer um, Kollege. Aus dem Weg, Mädels. Aus dem Weg, Mädels. Was ist ne feige Ratte, ey? Na na na. Guck mal, was ich neues gelernt hab. Na na na. Na na na. Kuckuck, guck mal. Ratsch. Schade, ich hätte den anderen Typen noch erwischt. Was hab ich denn... Ein FICH? Na komm her. Na komm her, Junge. Komm her, du Falkling. Guck mal, wie ihr FICH riecht. Butz. 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 Kommst du her. Na. FICH, was? Na. Exekutiert. Was, der steht noch auf? Bam. Messer in den Bauch. Na komm her. Ach, Manno. Er kommt her. Du riechst jetzt erst einen rein. Ach komm jetzt. Hab noch was feines für dich. Da. Guck mal, Fischchen. Groß Mahlzeit. Bam. So, was haben wir für dich? So, du kommst da mit. Haben wir noch was für dich? Nein. Okay. So. Du gehst jetzt mal die Ecke. Na. Knack. Wieso geht der neue Move nicht? Waaaah. Du willst auch noch welche? Okay. Bam. Aua. Was ist denn von mir hier, hm? Auf mal. Da. Ja. Wie soll ich denn? Na. Na. Kommst du her. Verdammt mal. So. Jetzt muss ich mal schnell zu Torgai. Verdammt nochmal. Wie kommt noch rein? Wie kommt noch rein? Oh, der immer noch. Oh, der immer noch. Oh. Komm, Flascherhaken. Teh. Oh. Wie kommt noch rein? Oh. 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 Nein. Ja, sie sind gerade von hinten. So, Junge, nun? Nein, warum geht's mir nicht? Ja. Ja. Es klingt an zu singen. Feige Ratten. Hey, pass auf. Du mieser Ratten. Oh, ja. Dreckssäcke. Komm her, Junge. Ich spieße dich auf. Sushi, ey. So, komm hoch, Junge. Komm her. Du wirst auch mal aufgespießt. Viel Spaß damit. Klatsch. Au. Diese Ratte. Na, was fang jetzt für dich? Kleine Fleischerhaken? Ah, doch, da mal noch ein Fleischerhaken für dich. Ja. Stammt. Mh. Nein. Uah. Junge, Junge. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, kommst du mit? Die schenke ich auch mal auf. Viel Spaß da. Siehst du wenigstens was? Bamm. Na, 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 na. Oh, was Feines hier. Ah, da mal noch ein Fleischerhaken für dich. Und hoch mit dir. Klatsch. Na, 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 na. Klatsch. Oh. Du mieser Ratte. Oh. Was machst du denn hier mit mir, hm? Oh, oh, oh. Fleischermesser oder was, hm? Ah, hast dein Hütchen verloren? Oh. 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 Na, komm. Na, na, na. Na, na, na. Bamm. Komm, Herr, du miese Ratte. Uah. 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 Stößchen. Na. Bamm. Uah. 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 Ich will dich da aufhängen. Du kommst jetzt mit. Du kommst jetzt mit. Uah. 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 Du kommst jetzt da rein mit POP dagegen und ein Rinderwinschen. Verdammt normal. Uah. 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 Big Mama. ich wusste es kommt her sind wir wild hier ein lecker mir na gut ja noch einen dicken boss dabei kann man nicht verstehen frisst das ihr schweine ich schicke euch ein schönes bild von eurem boss wenn die mama fettig ist so nächste bitte naja es passt schon auf die karre auf mann ja ja beruhig dich man ich beeile mich jetzt schon wauw baby alter was machst du Ohhhh, verdammt. Nooo, verdammt. Ich glaube, wir finden die Scheiße nochmal mal an, Leute. Fuck. So, du kommst mit Kollege. Ich würde dich da aufschließen, jetzt sofort, man. So. Schade, meine Dekoration ist auch verschwunden. Naja, komm. Ab den Kopf auch mit dir nochmal. Oh, da regt noch einen Schlag rein, genau, Mann. Was ist los? Wir bringen ihn zu Mrs. Chu. Sie hat etwas, was sie will, ihnen zu erzählen. Mrs. Chu. Okay. Lass mich raus, du harte Hose! Ja, weil du keine so große Klappe mehr, Kollege. Wir können das uns selbst beantworten. Glaubst mich, ich bin beantwortet. Aber du und ich handeln das, und es wird schnell passieren. Ohhhh, endlich mal. Da geht das schon los. Habt ihr denn, ja, und tschüss. Auch nächster, und nächste, und der nächste. Kommt alle nach der Reihe hier. So. Tschüss. Tschüss, Junge, nächster. Nanananananananana. Oh, fuck. Stirb. Ja, ich beeil mich, Mann. Boah, geh jetzt ab hier. Ach, du sagst das, Mann. Boah. Na, das hab ich wirklich meine Herausforderung. Letztermal hab ich mich beschwert. Bam. Oh, fuck, 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 Mann. Was machst du? Ach so, das war die Szene, ja. Oh, next. So, tschüss. Kommt neuner, ey. Kommt neuner. Aaaaah. Boah. Oh, Mann, ich hätte so knapp gewesen. Ich hätte Banner gepackt gehabt. Keiner mehr. Puh. Puh. So you're honest, comes to me. Bring me to Metzger. It's cool, Mr. Chu. I already ate. What the fuck are you doing? I'm not fucking hungry. Yes, Stella. Who is there? Yes, well. Yes, well. Just business. Tja, was gibt's jetzt? Eintopf? Hackfleisch? Oh, du? Was für eine Folge, Leute. Fuck. Tja. It's business. Wie du so schön sagtest. Weh. Okay, Leute. Das war eine sehr lange Folge. Ich verabschiede mich. Ich bedan... Ah, verdammt. Was denn jetzt so hier los? Würde ich sehen. Komm ins Krankenhaus. Bix, Malti, Chujin und Tee Yang wachten schon. Ja, das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Also, bis dann, Leute. Ich verabschiede mich. Wie ich sehe, ist Wei sehr nervös. Einen angenehmen Tag. Wünsche ich euch, euer Trixi.